2. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 6. Seid! 6. 7. 8. 9. es ist nicht 10. 10. 3. 15. 15. Ich bin vorsichtig gesiegen. Boop. Bye, have a great time. Das ist geil. Warte, 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 warte. Fuck off! Ja, ist ja okay, ja ist ja okay. Oh, das ist geil, man. No joke, oder? Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ah, jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Boah, ich bin schneller als Michi. Ja, nicht mehr. Wow. Hä? Das sah irgendwie lustig aus, gerade. Das sah richtig. Ne, anstrengend. Das ist schon anstrengend, wenn man zwei Probleme hat. Darf ich dich mitnehmen? Michi? Das kannst du schon machen, aber ich werde nicht eh sterben gehen, aber... Meine Sterbheit. Ist mir doch egal. Kann der Panzer? Ja, paar. Weil Hitler spielen, man. Ich kann keinen von den Leuten... Du kleiner Arschloch. Hast du gerade nicht gemacht, oder? Das warst gerade nicht du, oder? Das war es jetzt nicht du, alter. Das war es jetzt nicht du, ey. Ich werde das nicht. Ich werde nicht, weil es das Spiel ist. Das ist einfach nicht wahr, ey. Wenn ich einmal den scheiß letzten Punkt cappen will, als fucking Pilot, weil ich den noch ein bisschen leveln will. Und dann dieser Wichser von Michi McGartner da ankommt und mich einfach roadkillt mit seinem Wichsplane, Alter. Ja, ich kriege die... Ich wollte das eigentliche Buch. Ich glaube auch, eher nicht. Das gibt's halt echt nicht, Alter. Das gibt's halt echt nicht, Alter. Warum? Wie haben sie das überlegt, Alter? Das wird gerade echt nicht passiert. Ich glaube... Gerade ist ein Pilot bei mir runtergekommen im Punkt. Die dürfte jetzt wieder spawnen. I am the one, the way your time, don't need the guns to give respect upon the street. Under the sun, the bass, the sun, come off the clock to feed himself and family. Ja, ich hab' Glück, dass das hinter dir hat, nicht machen, Alter. Ich muss bomben und keine Scheißluft, ey, ey! Nein! Die springen noch raus! Ich glaube, ich mach' mich nur mal einen Raum irgendwie weiter runter oder höher, dann kann ich noch in Ruhe weiterspringen. Ja, ich bin noch in Ruhe aus dem Spiel, ich hab' kein Problem. Knutsch, Knutsch! Wer ist das hier, Knutsch? Was ist das? Ich bin ganz falsch! Was hab' ich... Ja, warum nicht? Boop! Was ist da passiert, Alter? Nein! Ja... Ich hab' ich nicht ober�. Ich hab' ich nicht oberen. Ich hab' ich nicht oberen! Das war's mit. Ich hab' ich nicht oberen. Ganz klicke, aber... Das war's! Jetzt muss man richtig schön trifft die Räume holen. Damit du jemanden hast, kannst du von der Seite. Zwei mehr, hab ich gesagt. Das ist... Der Bananajo. Boah, scheiße, verfehlt. Och Gott, Teammate. Lol, hat das irgendjemand gesucht von euch? Er ist ganz süß. Alter. Ja, okay. Ist das... Hört euch an! Das ist ein Schlafschirm. Boah, ey, guys. Im Moment sind sie zuge. Längere Nacht. Nope. Boah! Wurzeln. Wurzeln! Ladies and Gentlemen, we got him. Super, okay. Halt, was mach ich denn jetzt für ein Halleluhr? Ja! Nein, das... Moment. Dig, ne? Gar nicht! Vielleicht muss man die irgendwie mal reparieren mit nem Verstellschlüssel. Ja, ich hab ihn! Marco, ich steh'n hier an der Tür mit nem Verstellschlüssel und warte. Da sind die 20 vorne. Ja, ich hab ihn! An der Seite, bald. Marco, ich brauch' momentan nicht. Oh fuck. Das war übrigens ich, ich wollte den großen Deckbomb. Run. Oh! 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 Oh!